hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge hier von der hof norman mit dabei die astra im teamsblick der floh der michael der paul und der toledo im wunderschönen hallo so an alle denen es aufgefallen ist ich glaube ich habe beim letzten mal schöne weihnachten gewünscht sagen wir einfach da hat sich einer maßtiefe seiner datei geübt in den seien also blöd gelaufen sagen wir es einfach mal so natürlich ja das das üben wir noch mal das üben noch mal hast ja jetzt ein jahr zeit ich habe noch mal zeit zu in excel zeilen zu üben wann man in welche guckt ist richtig mir hat man ihm gesagt ich muss kalten ich habe aber gerade nichts gefunden zum kalten oder ich habe das kalt weg genommen weil du nicht wollte ist also okay oder willst du jetzt alles schick alles schick alles schick und hier ist das schnell kalt der wird erst stückischen also okay im effekt der dynamische blinker nach falschen ein sicher ist der erste weg zur besserung so oft auf die taste gehauen dass ich gar nicht erst mal gelesen habe was im display steht danke dafür okay ich würde mein mckermack jetzt hier benutzen lasse die sähmaschine hier und würde gucken dass sich etwas zum pflanzenschutz ausbringen oder in der spritze ja war warum hat den floh ich glaube floh was jetzt hier von den trauben anhänger hingestellt die geben sind noch gar nicht so weit oder weil ich glaube also du hast das ein grund weil für mich ich will meinen stadt der lehrmann ich habe feststellte trauben hänger solche vielleicht nicht kippen ich war nachher wieder zurück ach so nie alles alles super ich wunderte mich gerade nur an das war grundlos okay wir haben nichts mehr zu mulchen dann fahre ich wieder zurück macht das so muss jetzt zum händler fahren auf jeden fall ich muss einmal umrüsten auf pflege bereifung ich hoffe ich kann es ansonsten muss nicht gleich sage ich euch gleich bescheid und dann war kann man am wind am hoch nena in den umkonfigurations freund nena doch auch nicht ja klar in der halle wenn du eingang reinkommen ist gleich rechts in der durchfahrt von der halle ist und ich dachte gerade das war die waschhalle aber nee das hatten wir nur besprochen aber ging ja auch nicht ja absolut richtig ich reparieren mal 1200 euro schon also reparieren ist im 22 massiv teuer geworden mittlerweile gibt auch schon ich glaube drei oder vier skripte mit denen diese verschleiß menge anpassen kann ich glaube das wird von chance auch wieder angepasst halt auch echt heftig momentan ja es kann ja nicht sein dass ich den traktor für 600 euro voll tank und für 10.000 euro reparieren muss naja in welchem leben ist das real also ein euro pro liter ist es mal nicht was was hier der sprit kostet aber also der verschleiß ist schon heftig ja wenn ich überlegen also zu hoch 268 auf der im klinik keine steine reinkippen kann er fällt 68 auf der im krieg erste hin mit einem niedelnagel neue reparierten grimme ventor und muss zwischendrin schon reparieren fahren weil du nicht mal ein feld fertig kriegst ohne dass das ding zusammen kackt auf 7 km h statt 10 das ist schon heftig ja aber was was politisch man sagt ich vermute sie werden das noch mal anpassen haben sie im 19er jahr auch machen müssen wo das ist wie mit der ernte erntemenge bei den mission da hat sich mal kurz einer vertan hat erstmal viel gerechnet kann ja mal vorkommen was ich geil finde beim fronttag an der spritze gibt so einen kleinen füllstands zeigern da kannst du außer außer kabine ohne alles sehen wie viel liter da drin sind das finde ich geil ja aber ich finde es auch auf jeden fall mutig da so ein glasrohr draufzusetzen vielleicht ja plastikrohr ja aber trotzdem wie schnell bleibt man da mal irgendwie hängen ja aber das hat ja nicht schon eins gemacht ich hätte jetzt auch erwartet dass das das von der firma hd da drauf gesetzt wurde ich kann jetzt ja nur für für mich aus meiner perspektive als spieler hier quasi im ls 22 sagen finde ich ganz cool wenn er innere sicht fest oder hut hat und sonst was dass du zumindest weiß was im fronttag noch noch drin ist aber jaha die bau tatsächlich da so stäbe drauf hat man gegoogelt den gibt es mit und ohne starb ja siehst du und hinten die meisten ohne und manche gibt es dann doch mit starb ja finde ich ganz cool ist die frage ob man ihn auch einfach rückstandslos entfernen kann wenn wenn du ihn nicht brauchst aber generell finde ich das nicht so schlimm ja auch gepackt werden doch nach die 44 muss nicht in der außenrum theoretisch aber das ist nicht schlimm über da wo gemulcht ist kannst du eh nicht bei uns das gruppe an ich bin ja gerade an pflügen dann ist okay aber das stück was wir außenrum gepflügt haben um das feld größer zu machen das könnte jetzt kalk vertragen aber wir können auch einfach warten bis der nächste ernte wieder kalk haben will aber soll ich euch mal so ein bisschen in den abend versüßen uwe will uns den abend für ja 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 sagen wir einfach lachen oder weinen aber astra darfst du den abend doch nicht versüßen weil du hast die jungs gesagt hast du ja okay astra hat sich gemütet ich weiß nicht ob sie uns noch zuhörst sie das natürlich natürlich zuhören und darf auch laut auflachen aber nur wenn sie gemütet bleibt jetzt kennt ihr kennt hier diesen berühmten mittelfinger mittwoch wenn man einfach nicht läuft und er kommt gleich nach mittelfinger monday oder so in etwa also bleibt bei uns weil bei android radiosender hierbei bei uns gibt es in den mittelfinger mittwoch wo leute ihre missgeschicke reinreichen können daraus wird so ein song gemacht aber das nur am rande heute kam ich mir auch so ähnlich vor ich habe fleisch bestellt gehabt für für weihnachten das sollte heute geliefert werden gucke gestern abend nach auf dieser wunderbaren tracking seite und stelle fest scheiße das geht zur alten adresse ja schon mal schon mal da geil also ich mich da registriert auf die bei diesem paket dienstleister weil einfach so umleiten oder in den paket shop bringen geht nicht musste dich erst registrieren hast du schon mal registrieren für einmalige aktion deswegen habe ich es nämlich auch per paypal einfach bei diesem shop bestellt hatte bei paypal mein adresse noch nicht geändert also ich mich da registriert gesagt hey ja du schick das ding in die nächste stadt 30 kilometer weit weg danke für nichts als würde das bei mir nicht geben ich meine frau da heute morgen hingejaucht hat der fahrer haben sie zwar bekommen den auftrag hat der fahrer aber eingepackt können sie jetzt nicht ändern ob ich nicht einen nachbarn hätte einen alten wo man es hin liefern könnte er so alter kann doch nicht euer ernst sein teures fleisch was soll denn das hier so ein service anbieten und sonst was gut also zu den alten nachbarn geliefert wir haben noch eine telefonnummer gehabt von ältesten ehepaar die gott sei dank zu hause haben das paket angenommen vorhin geholt war ich geht weiter ich habe heute mein paket tag war ich 20 minuten weg mein sohn holen in diesen 20 minuten stand daxer vor meiner tür wollte mir mein grill an liefern hat gesagt ja der typ ist nicht zu hause ich nehme den grill wieder mit ich habe diesen ja ich habe diesen zettel durch zufall sofort im briefkasten gesehen rufe dabei daxer an sagt ihr wart vor fünf minuten bei mir steht hier auf dem zettel ist der fahrer noch in der nähe kann er noch mal umdrehen das wäre super 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 richtig richtig terror geschoben aber die waren auch total freundlich also weiß ich nicht ich rufe mal den pfarrer an fünf minuten später klingelt ja ich habe den pfarrer nicht erreicht kann sein dass er dann schon weg ist alter dachte ich mir aber wir können es morgen wieder anliefern ich so nein morgen bin ich im büro geht nicht kacke freitag ja freitag kümmert jetzt fange ich dass das freitag funktioniert weil ich diesen grill haben möchte was hast du dir denn gegönnt ein grill habe ich doch gesagt welchen grill der kann vorher grill ja er kann feuer machen naja also holzkohle hell ich habe ich habe noch nie mit pellets gegrillt ich auch noch nicht willkommen im club ich habe mir das kann man ja hoffentlich sagen ein weber smokefeuer gekauft hast du so über über smoker basis dann der kann das auch aber er kann halt auch ganz ganz entspannt über die pellets halt ganz normale grill funktionen bereitstellen ich hoffe ich habe mich nicht verspekuliert ich habe es noch nie gemacht keine ahnung ich fand aber das system ganz geil weil ich kohle nicht so so mag bei gas dachte ich so nachhaltigkeit man weiß es nicht machst du mal guckst du mal was noch so gibt und bin dann halt bei diesem pellet grill quasi gelandet und der kann halt tatsächlich so ein bisschen alles ob er es jetzt gut kann oder nicht weiß ich nicht das was ich bisher gelesen habe war jetzt nicht so schlecht mal sehen so silvester werde ich erstmal versuchen was ich erzählt habe mit denen mit den rippchen schön zu smoken ich wollte also uwe hat eigentlich alle vom team zum silvester grillen eingeladen ich weiß aber ich bin selber arbeiten ich habe nur die eingeladen die ich mag was habe ich keine einladung das hat wir ja da keine einladung zeit kommen wir mal gleich entschuldigung aber ich glaube mega lex nein du fliegst grad vom server der uwe zittert aber noch mit finger wo wir beim thema mögen waren der host hat sie vom spiel entfernt was ich habe aus der horst der horst genau aber der nennt sich jetzt das küken nee ich habe ich glaube das war floh also florian ja florian hieß ja vorher horst jetzt mittlerweile der kleine ja die nähe und dann hat er sich mit glückten so zu küken glaube ich das küken ganz gut brauchen wir doch irgendwo her mit zieht auf unserem feld feld 16 gehört uns auch noch mal ich wollte gerade da nicht da nicht da nicht da nicht da nicht eigentlich nimmst wo war die 44 flügt der floh gerade 42 macht ihr auch gerade da war ist bei mir laut sinko auch noch 42 47 aber fällt neun braucht warte mal ich gehe mal kurz zu feld neun der feld 47 pro version kopp bekommen wir mal angesäht haben ja und dann ist es auch weg erstmal also deswegen ja was was kann ich denn jetzt mal machen ich würde auf der neuen auf der neuen wirklich mal unkraut jeden genau unkraut was du machen kannst du könntest dir die sehmaschinen im zweifelsfall schnappen wenn du wenn du hast dieses komische ding hier ja bestimmt das komische ding dann muss ich ja mein gewicht in die ecke stellen ja wenn ich dir einen tipp geben kann erst den front tank und dann den die sehmaschine ich wollte es nur noch mal kurz gesagt haben macht man eigentlich standard gemäß uwe also wenn man ein front ballast nutzt hängt man diesen in der regel auch zuerst an auch immer gemacht im ls 19 war das noch entspannter da konnte auch der kleine viert die größte sehmaschine ziehen gar kein problem hier ist das modifiziert worden also ich finde die physik eigentlich schon deutlich besser geworden weil du jetzt hat auch immer merkst wenn dein frontgewicht vielleicht das falsche ist ja also auch wenn es zu schwer ist max ist halt auch dass du dann total vorne in der fresse hängt ja grund grundsätzlich für mich die dazu ist alles alles passt schon aber wenn du das nicht gewohnt ist dann denkst du dir so warum weißt auch was ich meine ja wenn man ich sag mal es gibt ja im ls menschen die sind quasi praktiker also die die kommen ja mehr oder weniger aus diesem milieu interessieren sich dafür und die casual gamer und wenn du halt eher so so casual bist oder hast nicht so den landwirtschaftlichen bezug dazu mich gerade beleidigt das habe ich nicht gesagt doch er hatte ich nur genannt habe ich habe ich nämlich auch rausgehört casual gamer hat er das genannt wollte jetzt nur die idioten sagen ja der uwe ist doch so ein allround talent das factory kann ich zum beispiel überhaupt ich habe gar keinen plan von konstruktionsimulator ja mit baggern und krähen und so ne ja aber nicht alles wissen ja mein kollege sagt immer ich kann alles aber nichts richtig kann ich immer nur sagen ich auch das war auch mal das wie ist das unimog der kann alles aber nichts richtig ich glaube da das auf also auf diesem zug würde ich nicht aufspringen es gibt eine eingeschworene unimog fangemeinde die das hören dann bist du hackt fleisch ich sag dir eine kurze frage was soll ich ansehen weizen gerste oder raps und wenn wo ich würde mal weizen oder gäste sagen grundsätzlich ich glaube wir haben schon irgendwo ein raps feld stehen genau weil raps müssten wir schon haben auf der neuen glaubte genau auf der neuen habe ich den raps angesehen auf der 44 müsstest du ansehen wo der flur aber aktuell noch seine bahn hier aber ich kann ja oben anfangen und unten aufhören ja macht der floh auch genau wird dann nehmen wir weizen perfekt aber ich würde sagen tollen können wir auch sagen wir fangen vorne an und hören hinten mit der folge auf vielleicht okay dann machen wir das jetzt einfach war jetzt nicht so schwierig schwieriges publikum und ich würde sagen die folge ist hinten zu ende bevor der toledo von angefangen hat wenn wir so stehen liebe leute wie immer viel viel dank fürs dabei sein wenn es euch gefallen hat lasst gerne schreibt gerne in die kommentare ob ihr auch so super erfahrungen mit paketen habt wie ich heute machen durfte und wenn ihr möglich geht morgen am samstag weiter mit einer neuen höchstlichen